Sie hören den Artikel Fernstraße aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 5. Januar 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Als Fernstraße, auch Fernverkehrsstraße, wird im deutschen Sprachraum ein öffentlicher Verkehrsweg mit hohem Ausbauzustand bezeichnet, der in erster Linie dem weiträumigen Verkehr dient. Dazu zählen im Allgemeinen Autobahnen und Kraftfahrstraßen. Die Fernstraßen bilden innerhalb eines Staates ein Verkehrsnetz, das zudem mit den Verkehrsnetzen benachbarter Staaten verbunden ist. In der Weimarer Republik wurden diese überregionalen Verbindungsstraßen seit dem Beginn der Nummerierung am 17. Januar 1932 Fernverkehrsstraßen genannt. In amtlichen Texten wurden sie auch mit FVS abgekürzt. 1934 wurden die Fernverkehrsstraßen in Reichsstraßen umbenannt und mit R abgekürzt. In der DDR wurde ebenfalls die Bezeichnung Fernverkehrsstraße mit der Abkürzung F zur Straßenklassifikation verwendet. Dabei ist die Nummerierung der Reichsstraßen in weiten Teilen übernommen worden. In Deutschland zählen gemäß dem Bundesfernstraßengesetz sowohl Bundesautobahnen als auch Bundesstraßen zu den Fernstraßen. Das österreichische Straßenverkehrsrecht definiert diesen Begriff nicht eigens. Er wird allerdings im allgemeinen Sprachgebrauch für Bundesautobahnen und Bundesschnellstraßen verwendet. In der Schweiz gibt es ebenfalls keine Straßenverkehrsrechtliche Festlegung. Dort werden Nationalstraßen als Fernstraßen bezeichnet. Sie hörten den Artikel Fernstraße, gesprochen am 5. Januar 2013 von Dennis Traub. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org-wiki-fernstraße. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC BYSA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden. Die Lizenzbestimmungen können in der Auf und nachgekl burst werden. HochschutzEL01.